Es ist Freitagmorgen. Ich freue mich riesig, dass Sie Zeit haben. Ich möchte mich heute mit Ihnen austauschen über das Thema Fluchtwährungen. Wie müssen wir verschiedene Währungen beurteilen in Zeiten einer politischen großen Krise? Wir haben ja das Thema politische Irrtümer, politische Historie neulich betrachtet. Und im Video danach, wie gehe ich heran als Investor, wie investiere ich in Kriegszeiten. Und insofern passt dieses Thema Fluchtwährungen zu dieser Reihe und kann Ihnen vielleicht helfen mit Ihren liquiden Mitteln, dass Sie da einen Schritt weiterkommen bzw. Gedankenanregungen aufnehmen von mir, die Ihnen weiterhelfen. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, und darum geht es ja. Wir wollen ja nicht besitzgierig sein, sondern wir wollen sehen, dass die Kaufkraft, die wir in unseren Ersparnissen angesammelt haben, in irgendeiner Form einigermaßen erhalten bleibt oder dass die Kaufkraft sich steigert. Und da gehört auch das Thema Währungen dazu. Denn es ist ja so, Sie können ja nicht einfach sagen, ja, ich lebe in Österreich, ich lebe in Deutschland und deshalb habe ich ja Euro. Und that's it. Ich darf ja fragen, wie wäre das denn, wenn Sie in Kenia geboren sind? Nicht wahr? Was haben Sie dann für eine Währung? Dann hätten Sie mit dieser Einstellung keine Euros, sondern die kenianische Währung. Und das gleiche in Brasilien. Wenn Sie als Brasilianer geboren sind und Sie sind ein Landwirt und Sie kommen zu einem Vermögen, dann haben Sie erst mal den brasilianischen Real. Was ich sagen will ist, Sie müssen sozusagen Ihre Geburtsurkunde und Ihre Meldung beim Einwohnermeldeamt, das ist ein Thema und das müssen Sie abkoppeln von Ihrer Disposition der Währung, in der Sie liquide Mittel aufbewahren. Natürlich müssen Sie in dem Land, in dem Sie leben, immer genügend Zahlungsmittel haben. Ganz egal, was Sie von der Währung halten. Selbst eine schwache Währung wie der südafrikanische Rand, den brauchen Sie nun mal, wenn Sie in Kapstadt leben. Müssen Sie ja damit einkaufen, Rechnungen bezahlen, müssen da investieren, etc. Also brauchen Sie diese Währung. Also darüber rede ich nicht. Ich rede über das an liquiden Mitteln, was frei ist und nicht zur Bestreitung des Lebens in Ihrem jeweiligen Land zur Verfügung sein muss. Wichtige Regel, ich habe es schon oft erwähnt, ist folgendes. Sobald Sie eine Zahlungsverpflichtung eingehen oder am Horizont erscheint, weil Sie in sechs Monaten ein Bauprojekt beginnen oder Sie haben eine Segeljacht geordert oder ein teures Automobil oder wie auch immer, dann müssen Sie bitte, wenn Sie es irgend können, aufhören zu spekulieren und müssen diesen Betrag in der jeweiligen Zahlungswährung, die Sie eingegangen sind, hinlegen. Und das habe ich neulich mit einem Freund besprochen, der in Südamerika seinen zweiten Wohnsitz hat, dort ein großes Bauprojekt und er weiß, dass er in den nächsten anderthalb Jahren so und so viel zahlen muss, investieren muss. Dann ist es ein mörderisches Risiko in diesen Zeiten, diesen Betrag nicht in der Landeswährung zu halten, selbst wenn die Historie bisher gezeigt hat, dass die Landeswährung eine schwache Währung ist. Das Risiko würde ich nicht eingehen. Wer also in der Landeswährung eine Million zu zahlen hat im nächsten Jahr, muss diese eine Million in der Landeswährung hinterlegen in irgendeiner Form. Denn unter Umständen können Sie, bricht Ihnen Ihr Euro, indem Sie Ihr bisheriges Vermögen haben, bricht der Euro ein oder plötzlich darf gar nicht mehr das Geld transferiert werden. Das ist alles schon vorgekommen. Dann darf der, oder die Einfuhr des Kapitals in das Land und der Umtausch später erst in die Landeswährung, wenn Sie zahlen müssen, wird mit einem Zoll sozusagen belegt. 20 Prozent Strafe oder 30 Prozent müssen bei der dortigen Zentralbank hinterlegt werden. Und, und, und. Das hat es alles schon gegeben. Das heißt, in den jetzigen rumpeligen Zeiten muss man alles tun, wenn man vermögend ist, damit Sie was haben? Einen Seelenfrieden. Weil sonst nützt Ihnen das ganze Geld nichts, sonst sind Sie ja nur am Rumeiern und werden immer nervöser, was ist und was, wenn passiert und so weiter. Und das kann man mit ganz einfachen alten kaufmännischen Regeln beseitigen. Also das mal als erster sehr wichtiger Tipp für die, die jetzt im Ausland investieren und andere Währungen auf den Tisch legen müssen. Ja, die klassischen Fluchtwährungen und über die möchte ich sprechen, sind Dollar, Schweizer Franken. Und natürlich muss ich das, muss ich den Euro beleuchten. Und ich möchte eine Spezialthematik erwähnen zu einer skandinavischen Währung, nämlich dem Schwedenkronen. Fangen wir also mit dem US-Dollar an. Warum ist der US-Dollar eine klassische Fluchtwährung, selbst wenn die Regierung in den USA keine gute Budgetdisziplin an den Tag legt und natürlich die Währung auch enorm aufgebläht ist. Am Ende des Tages ist es aber so, dass in den USA das kapitalistische Gedankengut, ob man es mag oder nicht, tief, tief verankert ist in dieser Einwanderernation und dass von daher das Modell Kapital investieren, aus Geld Geld machen, die sagen ja auch nicht Geld verdienen, sondern die sagen, we make money, Geld zu machen, das ist tief verankert in der Nation und das in Kombination mit dem ungeheuren Rohstoffreichtum, der auf eigenem Grund und Boden ist in den USA, plus die landwirtschaftliche Versorgungsmöglichkeiten, Wasserressourcen und, und, und. Das heißt, das ist ein autarkes Land, was in sich völlig alleine alle Krisen überleben wird und das mittlerweile in einer sehr lang geprägten demokratischen Grundstruktur, wo eben der Kapitalismus, das Kapital des Privatmannes, die Freiheit des Einzelnen to make it big so tief verankert ist, dass wir von daher immer davon ausgehen können, dass Gelder, wenn es hart auf hart kommt, aus wackeligen, kleinen Ländern, wo Regime schnell wechseln werden, wenn es irgend geht, in den Dollar fließen. Und eine der Hauptquellen, weshalb Geld in den Dollar fließt, und das bedeutet, wenn mehr Leute Dollars kaufen, als dass Leute Dollars verkaufen wollen, das ist, was die Währungskurse macht, abgesehen von der Manipulation der Zentralbanken. Das ist Angebot und Nachfrage. Und deshalb muss man schauen, wie sind die Zahlungsströme. Und in der Krise ist der Zahlungsstrom in den USA höher als in die indonesische Währung zum Beispiel. Und Sie dürfen nicht vergessen, in einem unserer letzten Videos hatten wir ja den Globus Extra hier aufgeführt, dass es eine Unzahl an Ländern auf der Welt gibt, wo sehr tüchtige Leute mit großen unternehmerischen Risiken arbeiten. Hotelbesitzer, große landwirtschaftliche Betriebe, Sägewerke, Holzwerke, etc., etc., Papierfabriken, Tabakoanpflanzung und so weiter. Und diese Leute haben natürlich ihr investiertes Kapital im Unternehmerschen, im Unternehmen, sind da dem Risiko des Landes, wackeligen Regierungen ausgesetzt, enteignungsbedroht, etc., etc. Und die großen Ersparnisse halten die aber außerhalb des Landes. Und jetzt frage ich Sie, jetzt versetzen wir uns mal in die Rolle eines großen Brauereibesitzers in Chile, der seine überschüssigen Mittel nicht in Chile halten möchte, sondern sagt, meine Immobilien, meine Brauerei sind mir da genug, wenn der auf den Globus schaut, wird der jetzt in den jetzigen politischen Verhältnissen, wird der mit Feuereifer auf das kleine Westeuropa schauen und sagen, wunderbar, da investiere ich in den Euro. Wo, wo paar Kilometer entfernt, es rumpelt militärisch. Natürlich nicht. Der guckt auf den Globus mit großem Abstand und wird sein Geld in den USA anlegen. Also kauft er US-Dollar. Transferierbar, eine Weltwährung, die jeder kennt, er weist jeden Tag auch den Kurs. Und so geht das von Indonesien, Philippinen, Südamerika und so weiter. Viele, viele Menschen haben eben aufgrund der schwierigen Situation im Land selber, und das sind mehr Länder, als man denkt auf der Welt, das Verlangen außerhalb dieser politischen Bedrohung, Gelder sicher anzulegen. Die wollen auch gar nicht groß Aktien kaufen und spekulieren. Denn Hauptsache, das Geld ist in einer sicheren Währung. Denn ihre eigene Landeswährung, und das ist ja nicht nur zum Beispiel der südafrikanische Rand, schauen sich die türkische Lira an. Was für ein Segen für diejenigen, die sie sich leisten können, Dollar zu halten. Also, das sind so ein paar Aspekte, völlig losgelöst, wie man über den Präsidenten der USA denkt und so weiter, die in Krisenzeiten am Ende des Tages, plus natürlich die militärische Kraft des Landes, für diesen großen autarken Kontinent, hätte ich aber einer gesagt, Nordamerika sprechen. Ähnlich verhält es sich beim Schweizer Franken. Hier ist mal die ganze Kunst wirklich langfristig, die Historie sich anzuschauen. Und da kann man einfach nur sagen, seit 20 Jahren ist die D-Mark bzw. der Euro gegenüber dem Schweizer Franken schwach. Sprich, der Schweizer Franken ist einfach eine starke Währung. Natürlich gibt es dann mal anderthalb Jahre, dann sieht man sehr dumm aus, wenn man extra seine Euros gegen Schweizer Franken getauscht hat und hat vielleicht 1,5% oder 2% auf dem Papier Verlust, weil mal anderthalb Jahre war es nicht so. Aber was Sie hoffentlich auf dem Chart sehen werden, ist, dass es an sich wie mit einem Lineal abwärts geht, bzw. aufwärts mit dem Schweizer Franken. Und wie kann das sein? Das ist ganz einfach. Von jeher fließen Gelder aus der ganzen Welt in die Schweiz. Und in dem köstlichen Spielfilm neulich mit der Hauptfigur Friedrich Wilhelm von Almen, was in Zürich spielt, der dort ein Private Investigator spielt, fiel der wunderbare Satz, als ich den Film neulich sah, Vor was hat der Schweizer am meisten Angst? Vor zwei Dingen hat er lediglich Angst, sonst hat er keine Angst. Er hat Angst vor seinem eigenen Finanzamt und er hat Angst, dass der Schweizer Franken einbricht an Wert. Das fand ich ganz großartig. Also, dieses Interesse erstmal in sich, dass man ein kleines Land ist, aber eine starke Währung haben will, einen starken Schweizer Franken, das ist tief sozusagen im wirtschaftlichen Denksystem der Schweizer drin. Und es ist eben so, dass wir es hier mit einem Land haben, wo Haushaltsdisziplin geführt wird, eine uralt gewachsene Währung und wo diejenigen, die nicht ihr Geld in die USA bringen wollen, in den Dollar, sondern in einen Bereich mit starkem Haushaltsbudget, fließen Monat für Monat, seit Jahrzehnten einfach Gelder in das Land, einfach um dort in sicherer Währung zu liegen. Und auch die Bedrohungen, die Schweizer Franken waren ja die ersten, die mit einem Negativzins belegt wurden. hat sich per Saldo immer gerechnet, es hat sich gelohnt, 0,5 Prozent zu zahlen, Strafzins, Negativzins, der Währungsgewinn, auch im letzten Jahr 2021 gegenüber dem Euro, war deutlich höher, ich glaube Richtung 4 Prozent etc. Und ein schönes Beispiel ist die von der brasilianischen Familie Safra, eine alte, große Bankersfamilie. Die brasilianische Familie Safra hat ja in Zürich am Paradeplatz die kleine Bank Safra gehabt und später ja mit dem Bankhaus Sarrazin fusioniert zu Sarrazin-Safra oder Safra-Sarrazin, ich weiß gar nicht genau wie rum. Jedenfalls zu Zeiten, als die Bank Safra in der Schweiz noch eigenständig war, hatte ich intensiven Kontakt zu dortigen Anlageberatern und ich werde diese Besuche nie vergessen, dieser kleinen, feinen, wunderbaren Immobilie am Paradeplatz. Punkt Nummer eins, der kluge Bank hier Safra, ganz konservativ, hat natürlich die Immobilie besessen, natürlich nicht gemietet. Und hier, wie ich immer predige, natürlich das ganze Haus, das Grundstück und das schöne historische Gebäude drauf. So, das war schon mal Nummer eins, was für ein kluges Investment. Und zweitens, die überwiegende Zahl der Geldanleger und Kunden bei seiner Bank haben nicht in Anleihen investiert, haben nicht Aktien gekauft, sondern haben nur eins gehabt, Schweizer Franken. Und wenn Sie sich den Chart nochmal vor Augen führen, den wir eingeblendet haben hoffentlich, dann werden Sie sehen, was für ein Bombengeschäft es war. Sie mussten keine Firma beurteilen, sie mussten sich nicht mit Produkten auseinanderschlagen, sondern einfach nur sagen, das Eigentumsrecht in der Schweiz wird sicher gewahrt und die Haushaltsdisziplin der Währung durch die Zentralbank, die Schweizer Nationalbank, ist sicher besser als bei mir zu Hause in Paraguay oder in Uruguay. So, und aus diesen ganzen gefährdeten Ländern fließen eben Gelder zum Beispiel zu so einer Bank Safra ein und was für eine kluge Politik das war, sein Geld so anzulegen. So, und was 20 Jahre funktioniert, würde ich sagen, nur weil Sie morgen jetzt Schweizer Franken kaufen oder Dollar, warum soll das alles so anders werden? Das ist jetzt, wie gesagt, wie ich immer betone, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ich weiß nicht, wie morgen der Schweizer Franken steht und in einem halben Jahr. In der langen Linie weiß ich aber, dass es eben dort stabile Verhältnisse sind. Und ich weiß, dass der Dollar in Zeiten, wenn es mal richtig rumpelt, eine Währung ist, die schon länger existiert als der Euro. Kommen wir zum Euro und da müssen wir einfach die Historie betrachten. Ich glaube, aber das ist meine ganz private, persönliche Einschätzung, dass der Euro nach wie vor über die Zentralbanken und über die Medien gesund gebetet wird und besser dasteht, als er in Wirklichkeit ist von der Substanz her. Denn die Idee, eines Euro einzuführen, ist natürlich fantastisch. Das Beste wäre, wir hätten von Moskau bis Portugal eine Währung, so wie der Dollar einen Riesenraum hat. Und das Beste wäre, wir hätten eine Sprache. Das lässt sich ja machen. Der Li Kuan Yu hat in Singapur, als er die Macht damals übernahm, hat er durchgesetzt, dass alle Chinesen, die dort lebten, aus Landschinesen und überwiegend kantonesisch sprachen, dass die ab sofort in der Schule Mandarinen lernen mussten. Warum? Weil Mandarinen die führende Sprache in China ist und weil er absehen konnte, dass China einen gigantischen Aufstieg nimmt. Man kann also innerhalb von einer und zwei Generationen komplett sozusagen zu einer neuen Sprache kommen. Muss man sich nur darauf einigen. Also ich wünschte mir eine starke europäische Währung, ich wünsche mir eine durchgängige Sprache in ganz Europa, neben der Landessprache sozusagen quasi als Dialekt, damit das Europa wirklich zusammenwächst. Denn zwischen den großen Blöcken China und USA ist es äußerst wichtig, dass wir einen Block Europa bilden. Aber davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Im Gegenteil, wir haben ja in letzter Zeit gerade Rückschritte entwickelt. Und der Euro, so wie er ist, in dieser Fusion zwischen den südeuropäischen Ländern mit ihrer fragwürdigen Haushaltsdisziplin plus mittlerweile jetzt auch im Nordeuropa, in vielen Ländern, auch dort eine ausufernde Schuldenmacherei, führt einfach dazu, dass der Euro auf Dauer eine gefährdete Währung sein könnte. Und Sie müssen sich einmal vor Augen halten, welcher Privatmensch würde erhebliche Ersparnisse, die zum Beispiel sein Alter finanzieren müssen, dem Land Griechenland oder Italien anvertrauen, in Form einer Staatsanleihe, zu minimals niedrigen Zinsen im Moment. Nichts gegen Griechenland und Italien, wunderbare Länder, ich rede jetzt aber über die Zentralbankpolitik dieser Länder und den Schuldenstand. Und da ist es ganz eindeutig so, dass bei diesen niedrigen Zinsen, wo man praktisch fast gar keinen Zinsen kriegt, für diesen Risikograd, das kauft eben kein Privatmensch. Das kaufen wer? Die Zentralbanken. Die stecken das Geld da rein. Das heißt, die Währung ist fundamental, macht Sinn, ist aber in einem schlechten Zustand und von daher würde ich Euro natürlich immer haben, einfach weil es in Europa viel Gutes zu kaufen gibt. Es gibt fantastische Aktien in Frankreich, auch in Italien, in vielen Ländern Westeuropas zu kaufen. Dazu brauche ich Euro und da habe ich auch kein Problem, dass der Wert der Sachanlagen in Euro gerechnet wird. Aber für das überschüssige Kapital würde ich mich mit Schweizer Franken und Dollar als Beimischung immer beschäftigen. Und jetzt zum letzten Punkt. Ein sehr interessanter Aspekt. Wir haben natürlich Länder wie Norwegen, Schweden, Dänemark, die noch ihre eigenen alten Währungen haben. Das per se ist schon mal eine sehr gute Sache. Aber es ist zu simplistisch, einfach zu sagen, ja, die haben ja viel Land, Bodenschätze, wenig Einwohner, zum Teil neutral gewesen, in beiden Weltkriegen. Das sind doch wunderbare Währungen und so weiter. Das ist alles richtig, aber es ist ein Phänomen, dass zum Beispiel die schwedische Krone einfach zu tief bewertet wird gegenüber dem Euro. Die schwedische Krone müsste schon seit langer, langer Zeit viel höher stehen. Und warum ist das nicht der Fall? Und ich habe lange Jahre keine Antwort darauf gefunden. Es ist eine wunderbare Währung. Es ist schön, drin zu sein, aber warum beginnt das nicht mal zu greifen, die Unterbewertung? Und da habe ich beim letzten Mal in Stockholm mit einem Mitarbeiter, einem langjährigen Mitarbeiter und zuständigen Menschen bei der staatlichen Pensionskasse gesprochen. Und der hat das mir erklärt. Und das ist sehr interessant. Die bürgerliche schwedische Gesellschaft ist sehr kapitalaffin. Anders als in Deutschland verstehen die sehr gut, mit Aktien weltweit umzugehen. Und neben ihren Immobilien, überwiegend auch unternehmerisch mit Hypotheken finanziert, sind das in der richtigen Breite der Bevölkerung internationale Investoren. Warum? Das Land selber hat ja nicht so viele Unternehmen, einige natürlich, aber nicht im Vergleich zu den USA und Zentraleuropa. Also sind sie von jeher internationale Investoren. Das heißt, der klassische Unternehmer in Schweden mit seinen überschüssigen Beträgen investiert was? In internationale Aktien. Das heißt, der kauft in New York, der kauft in London, der kauft in Paris, in Milano, vielleicht auch sogar in Frankfurt, kauft er Aktien. Entweder direkt oder über Aktienfonds, über die Pensionskassen und so weiter. Und das bedeutet, wir haben jeden Monat einen Outflow aus dem Land Schweden heraus. Nicht wegen Misstrauen und wegen Flucht, sondern weil einfach, dass weltweit tätige Investoren sind. Und im Gegenzug fließt jeden Monat sehr wenig Geld nach Schweden rein, wo jemand an der Tür klopft und sagt, ich habe Euro, ich muss jetzt Schwedenkronen kaufen. Ja, weil das ist nicht so bevölkerungsreich, das Land. Das heißt, wir haben hier eine durch Angebot und Nachfrage bedingte zu tiefe Notierung der Währung, einfach weil schlicht und einfach jeden Monat für Investmentzwecke Schwedenkronen verkauft werden um Euro, Dollar oder Schweizer Franken zu kaufen für die Aktieninvestments. Sehr interessante Überlegung und es zeigt, dass man sehr schön hinter die Kulissen gucken muss und nicht einfach sagen kann, ja, die Norweger haben so viel Öl, die Schweden sind neutral, also alles wunderbar. Langfristig mag das alles richtig sein und es sind interessante gewachsene Währungen und im Falle Schwedens zum Beispiel mit einer sehr disziplinierten Zentralbank, die eben nicht manipulativ eingreift und die auch die Schuldenmacherei eingegrenzt hat, aber daraufhin kurzfristig zu glauben, dass man gleich ein großer Währungsgewinner ist, das ist weit gefehlt. Auch hier brauchen Sie einen langen Blick und einen langen Horizont. Ja, also Sie sehen, das Thema der Währungen ist durchaus, kann durchaus ein aktives Thema sein, nicht ein Thema, oh, da hängt nur das rum, wo wir nicht wissen, was das zu tun ist, sondern auch hier kann man sich sehr klug aufstellen. Ein Aspekt, der mir auch noch kommt, ist für diejenigen Familien, die Kinder haben, die groß sind oder in den Beruf gehen werden, so weiter, viele der Familien werden ja international, weil die Jobs mittlerweile nicht mehr in Mannheim dann sind, wenn man da mit dem Studium fertig ist, sondern nach einem ersten Trinie aufgeloppt, vielleicht in Paris oder in Hongkong oder sonst wo in Amerika, überall auf der Welt. Und alleine daher ist es vielleicht vorsorgend schon ganz interessant, mal Auslandswährungen sich hinzulegen, weil die Verwendung später zum Kauf einer Immobilie zum Beispiel oder wegen beruflicher Tätigkeit, selbstständig und so weiter, durchaus diese Währung brauchen kann. Also das heißt, unter Umständen, dass man ruhig fünf Jahre vorher mal sich die Währung hinlegt, bevor ein spezieller Währungsbedarf da ist und wenn sie Glück haben, haben sie die Währung eben sehr günstig eingekauft und haben einen Vorsprung dann, wenn sie eben in Florida eine Eisdiele aufkaufen, um sich da selbstständig zu machen, vielmehr ihre Tochter oder ihr Schwiegersohn. Ja, also, das ist ein schönes Thema, was mich immer gerne beschäftigt und wo man mit paar Überlegungen ganz gut eine Zusatzdisposition in seiner Vermögensaufstellung treffen kann. Ich danke für Ihr Interesse, bitte teilen Sie das Video, wenn Sie Bekannte haben, die uns noch nicht kennen und für die das vielleicht interessant sein könnte, weil sie genau das alles schon richtig machen oder weil die also von so etwas nie was hören wollen, vielleicht kann man ja auch die Ungläubigen zu Gläubigen machen und bitte seien Sie so nett und abonnieren Sie unseren Videokanal, es kostet nichts und wir bleiben besser im Kontakt. Dankeschön, alles Gute, Ihr Markus Elsässer